Hallo, Willkommen! Ihr seid auf meinem Kanal Tarinas Deutsch. Heute gebe ich euch ein paar Tipps, was ihr zum neuen Jahr eurer Familie oder Freunden wünschen könnt. Übrigens, im Deutschen kann man auch sagen Silvester. Um Punkt 12 stößt man an und man sagt Frohes Neues, Fröhliches Neues, gesundes Neues, einen guten Rutsch ins neue Jahr oder kurz guten Rutsch. Und das wünsche ich euch im neuen Jahr.